Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Starbound. Ja, wir sind hier. Warte, ich guck mal. Wir haben im letzten Part Kupfer und alles gefunden. Wir müssen jetzt erstmal auf unserem Schiff gucken. Was wir noch für einen Ofen brauchen? Campfire. Was brauchen wir für ein Campfire? Ja, normales Holz. Alles klar. Wenn wir das mal besorgen. Wie ihr hört, ich habe Soundeffekte angemacht, weil mir aufgefallen ist. Huch, was machst du, Johannes? Du hast für die Zuschauer keinen Sound an. Weil ich spiele immer ohne Sound, aber für euch mache ich den immer an. Ja, so viel dazu. Das ist mir einfach mal bei Downsafe aufgefallen, dass ich keinen Ton angemacht habe. Jetzt fighten wir mal hier. Das wird erstmal der letzte Part Kupfer, der mich schon heute. Komm her. Ah ja, ich glaube, ich muss es nicht schütteln. Ich glaube, es ist... Wow, was geht noch? Noch ein bisschen leiser machen. Ist ja echt ein bisschen laut. Denkst du, ist ganz gut. So, dann bauen wir uns noch... Ich wollte schon sagen, basteln wir noch ein paar Bandagen. Wir basteln uns noch ein paar Bandagen. So. Ich glaube, dann könnt ihr euch auch bei Steam kaufen. Ja. Weil dann hat man da auch direkt die aktuellste Version. So, dann werde ich jetzt mal... Ach du Scheiße. Na, das wird ja nicht Spaß. Ach. Alter. Kommt her. Ich stelle was auf die Oma. So. Das hat er reingehauen. Dann werde ich hier... Rafting Pables. So, dann... ...müsste ich mir jetzt eigentlich... ...Campfire... Oh, unten drüben Bogen erstmal. Zack. Dann sind wir auch gegen diese Viecher gewappnet. Ja, genau. Yay. So, jetzt probieren wir den noch... ...den direkt mal an... ...euch... Alter, wie schnell... ...harrig sind die von der Reaktion. Alter, ich bin gleich tot. Alter, was habt ihr für... ...vögel? Schließt. Au, schließt. Ach, danke. Ja, Fleisch. Und ich mache mir noch ein Campfire gleich. So, dann mache ich mir mal noch ein Campfire. Dazu fügt mir wieder Holz. Dann mache ich mir mal kurz Holz. Haia. 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 Und gleich fällt der Baum. Danke. Dann mache ich mir noch ein Campfire. Dann... ...mache ich das noch hier hin. Und den Ofen. Und hier... ...mache ich mal ein Fleisch. Da. Okay. Was vom blüht. Brumm. Oh, jetzt fängt der schon wieder an. Au! Na, vor mir. So, das hat er gesessen. So, dann schmelzt mir hier mal unser Kupfer und Eisen ein. Zack, 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 zack. Guck, wie schön schnell das geht. Und schon ist das Kupfer geschmolzen und das Eisen auch gleich. So. Du, 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 wie viel Eisen brauche ich für den Ambuss? Noch fünf, alles klar, dann nehme ich die Sachen wieder mit. So. Akzept. Wow. Hi, wir gehen gleich nach rechts, wenn wir jetzt... Ah, bis wir aufgerollt haben. Zack. Na, komm. Ich kann hier auch was anlocken. Kommt doch. Au. Au. Oh, unser erster Tod. Unser erster Tod. Da seht ihr ihn, das ist der, unser erster Tod. Und let's play Starbound. Jawohl. Da, bitte. Unser erster Tod. Yeah. Begeisterung. Begeisterungsströme. Dann warten wir uns mal auf den Planet und gehen nach rechts. Und jumpen. Und jumpen. Und jumpen. Scheiße. Scheiße. Alter. Weg, 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 weg. Weg. Ich weiß schon, wie ich den Part nennen würde der erste Tod. Weg, 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 weg. Oh, scheiße. Nein. Au. Hau ab, hau ab, hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau. Die sterben. Sag. Hier, sag mal, gebe ich dir dein letztes Schwertlieb deines Lebens. Sonst geht mit dem Bogen. Und knall dich ab. Und knall dich ab. Und knall dich ab. Und knall dich ab. Und knall dich nicht ab. Hi. Hi. Ja. Fight. 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 Au. Das ist ihr Viecher. So, damit hab ich dir den Schlag verpasst dann jetzt. Hi, ja. Hi, ja. Hi, ja. Hi, ja. Und Sabon und Don't State kann ich euch nur empfehlen, auch selber zu spielen. Das macht echt Spaß. Yay, den haben wir auch geschlachtet. Dann gehen wir mal weiter. Oh mein Gott, Vogel. Ein Vogel. Ein Vogel. Au. Bams. 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 Eintreff war dann Bams. So, dann gehen wir mal noch weiter. Du, 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 du. So. Und ich finde, die Musik von Starbund so schön als. Und wir gehen jetzt noch 10 Minuten. Auf. Ich hab nämlich unten rechts am PC, unten rechts eine Uhr, wenn ich anpicze, dann am PC und dann guck ich da nochmal drauf, wenn ich nochmal Verschluss mache, damit die Parts nicht zu lang werden, wenn die Ränder dann hochladen. So, zack, 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 zack. So, gecraftet für Bandagen, die sind wichtiger als Eisen im Inventar, wenn ich den Crafting oder um es eine Wohnung anscheinend. Wer wohnt denn da? Der König von Starbound? Ich spreche gleich ein, wenn das recht ist. Oh mein Gott, da ist ja wirklich ein König oder was? Oh fuck! Alter! Alter, die geht drauf! Das ist der König! Das ist der König! Ich muss ja gleich wieder hoch, aber erstmal muss ich mich hier um die Gegner kommen und wir müssen uns eilen. Vielleicht kann ich ihn ja runterkriegen, vielleicht. So, das ist der König, denn er hat eine Krone. Vielleicht krieg ich ihn ja wirklich. Yes! Ah, ja! So, und was lock ich damit? Ah! What? What the f-? Ich wollte schon sagen, das ist dafür jetzt kein Block oder was? So, dann mach ich das hier mal weg, damit ich da wieder hochkomme und den besiege. Den König von Starbound. Scheint so ein Abstand. Scheint so ein Abbus zu sein. Aber der ist nicht grad schwach. Oh fuck. Angriff. 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 Fight. 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 Ich hau dir richtig plan rein. Du weißt. Ich bin geil. Bam. Zack. 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 Und dies. Und ah! Ah! Shit! Das war der... Shit! Shit! Das war nicht geplant. Das war nicht geplant. Ah! Alter! Dann nervt man. Dann nervt man. Ich bin gleich tot. Ja! Alter, ich hab deinen König besiegt. Ach, ich hab ne Krone bekommen. Oh, geil! Oh, geil! Ich hab ne Krone bekommen. Jetzt bin ich der König von Starbound. Nice! Da ist ne Truhe! Nice! Ne neue Waffe? Oh, geil! Geil! Bomben! Noch ne Waffe! So, jetzt muss ich gucken, wer die besser ist. Die? 1,74 oder? Ja, die ist besser. Zeig mal meine neue Waffe. Alter, ist die... Alter, wie geil! Ja, hat sich voll gelohnt, den zu blenden. So, hat sich die Mühe doch gelohnt. Unsere erste Truhe. Wir sind jetzt der neue Herrscher von Starbound. Yeah! Bam, 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 bam. Ich kann jetzt sogar mit Zeifenblasen schießen, ne? Go, wir gucken weiter, ob wir noch sowas episches in dem Pod finden. Äh, ja, oh, verdammt, genau in so'n kleinen Fleck. What the fuck, wieso sehe ich meine Harpien? Hä? Ach so, der ist gerade wieder verbuggt. Ja, gut. Ja, geil! Ich hab jetzt keine... Das ist ja ein schöner Bug, ich hab keine Anzeige und sie haben einen Zeiger nicht. Nice. Guter Bug. Ich glaube, hier beende ich doch schon den Pod, weil so kann ich nicht spielen. Also, wir sind der neue König und ich baue noch die Kulab und dann beende ich da den Pod. Ne, ich beende, ich beende, okay, komm, dann bauen wir noch die Kulab. Dann können wir wahrscheinlich im nächsten Pod auf einen anderen Planeten fliegen. Damit ich euch das zeigen kann. So, ich beende jetzt diesen Part. Das war's mit dem zweiten Part von Let's Play. Starborn, wir sind der neue König. Ha, mein geiles Blubberblasenschwert. Aber bevor wir diesen Part beenden, öffnen wir noch die Truhe, würde ich sagen. Das ist grad richtig verpackt. Ich glaube, ich beende doch lieber den Part und tschüss.